interagieren ok brennstoff ausgabe ok jetzt können wir hier theoretisch stein stein brennen aha dies ist mein nagerfeuer es gibt viele von ihnen aber dieses jenes meins was macht man nicht mit dir auf der null muss man sich erst mal selbst durchschlagen sein enges lagerfeuer ist ein enges haus abbauen super mineral ab da müssen wir erst mal nackst zu bauen stein axt zum seien macht seien stein axt das ist jetzt mal eine stein axt durch mir ins inventar kann man sich dafür ausrüsten kann man das stein abhauen im gebirge das kommt doch mein nagerfeuer nicht bauen ein mineral das sieht aus wie ein mineral das dauert ein bisschen drei mineraler muss erbauen nach kann ich geduld halten kno und ich habe gewohnt ich brauche ein Mineral ab, bedeutet das Mineralabbau, wie ist das, funktioniert das so, geht auch irgendwann meine Angst kaputt, ein Hacker würde ich sagen, ah sehr gut, 1 von 3, kein Helmlicht ausgerüstet, aha, okay, von mir aus, sehr gut, annehmen, ist lange auf einmal gebaut, koch ein Lebensmittel, ich mache erstmal Mineralabbau, oder, es fliegt mir eine Fliege vor der Nase rum, und sonst so, ich baue hier Mineralien ab, grabe nach Steinen, weiß ich nicht, wie das geht, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie unter die Erde kommen, da können wir hier den Boden einfach wühlen, wahrscheinlich gibt es da auch noch ein Werkzeug, für, was wir nutzen können, und das wird ein bisschen dauern, bis wir hier, dass wir die Steine abgebaut haben, die Quest erlöst haben, wo drei Mineralabbau, Hunger, da ist dann auch, das ist ja gut, können wir hier am Boden buddeln, mit der Sache nicht, Steinmesser, Spitzhacke, mit der Spitzhacke buddeln, ich habe schon eine Spitzhacke aus Stein, vielleicht können wir mit der 5, hm, ist vielleicht besser mit Spitzhacke Mineralien abzubauen, das wäre vielleicht nicht zu ganz eine dumme Idee, würde vielleicht sogar schneller gehen, Tatsache, ist man nicht den hellen Tag beschäftigt, weil man versucht, Scherz anzubauen, der ist ja gut, Genius, grabe nach Stein, okay, graben, graben nach Stein, das ist ja gut, das ist ein bisschen, da habe ich ein bisschen was anderes unterverstanden, graben nach Stein, das ist so ein bisschen, ja, ich dachte hier am Boden buddeln, ein bisschen falsch übersetzt, ich habe keine Ahnung, ob das übersetzt wurde, so jetzt müssen wir mal kochen, stellen Facke her, ist auch nicht schlecht, Toreindienstmittel, Pilz zum Beispiel, Koch ein Lebensmittel, wo war unser Lagerfeuer noch gleich, das muss hier irgendwo in der Nähe gewesen sein, da ist unser Lagerfeuer noch, da ist unser Lagerfeuer noch, da ist unser Lagerfeuer noch, so, so, wo Pilze, so hier, kann man nicht, ein Pilzbraten, gebraten, gebratene Pilze, okay, da brät es, sehr schön, sehr schön, ausgabe Asche, Gebratene Pilze, Asche und Holzkohle, sehr gut, unser Inventar wird immer voller, sehr gut, Kocher nehmen das Mittel, essen was, so, gebratene Pilze können wir doch jetzt essen, oder nicht, gebratene Pilze, Essen, und sehr gut, zum ersten Mal verzerrt, gebratene Pilze, stellen Fackel her, Fackel her, Fackel her, Holzbaum, wo darf ich noch ein bisschen, hier liegt Holz, warum liegt hier Holz, in der Fackel herstellen, benutze Fackel, 100% Feuer, Fackel benutzen, auf die 6, sehr gut, Fackel, Fackelmarsch, ich mache ein Fackelmarsch, ich protestiere hier, gegen Zustand in diesem Spiel, ein Fackelmarsch, ein Fackelmarsch durch das Gebäude, durch das Gebirge, gegen die, gegen die Felsicherung des Gebirges, Fackelmarsch, Fackelmarsch, in 90% Feuer, ja gut, im Fackel vielleicht mal ausmachen, ach, wir haben, wir haben hier schon, okay, 100% Fackel, sammeln, Wasser, okay, da haben wir noch, da haben wir schon eine, da müssen wir noch welche sammeln, benutze Wasser, Knollen, Frucht, wie wir die benutzen, haben wir doch schon drei, oder, ich glaube, die sind Gegenstand, während du all das, das gibt es erst, um schnell benutzen, oder zu verzehren, Aha, das muss trotzdem noch, Wasser, Knull, Frucht, ernten, ich kann mal ein paar Pilze mitnehmen, für das Abendessen, oh, eine Schlange, gut, hier ist eine Wasser, Knull, Frucht, ernten, sehr gut, eine Wasser, Knull, Frucht, brauchen wir noch, ein Wolf, Oha, vorsichtig, den willentier, nicht zu sehr, in die Quere kommen, so, Wasser, Knull, Frucht, hier ist noch eine, Schlafsack, sehr gut, die Quest erfüllt, Bau, Schlafsack, das ist nicht schlecht, das ist eine, das ist eine Quest, die mir gefällt, dann können wir langsam, eine Unterkunft, Platz zum Schlafen finden, na, Unterkunft eher nicht, hier ist ein Lagerfüll, und, Fackeln, und, gleich auch ein Schlafsack, Bau, Schlafsack, 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 vielleicht kriegen wir einen Hinweis drauf, in Schlafsack findest du ein sonstiges, Karateorie, Konstruktionsmenü, sonstiges, okay, Holz und Fasern, haben wir schon fast alles, Holz und Fasern, Fasern, und Holz, den Wolf lassen wir mal in Frieden, solange wir noch keine Waffen haben, Steinmesser könnten wir uns bauen, das würde uns was bringen, als Verteidigung, gegen Schlangen und Wölfe, okay, jetzt haben wir eine Axt aufgehoben, das könnte ich vielleicht mal ins Inventar zurückstecken, ein Axt recht im Inventar, so, auf der 1, das auf die 4, auf die 3, so, das ist wahrscheinlich Heilung, bis es ausschaut, oder Wasser, das ist wahrscheinlich Wasser, Ernährung, in dem Sinne, ein Zick, ah, da können wir trinken, ja, sehr gut, da seht ihr, wie der Belgen sich aufführt, so, ähm, Schlafsack, würden wir machen, Konstruktionsmenü, Schlafsack, brauchen wir noch ein bisschen Holz, und sie wird es holz, ein bisschen Strupp, Huhn, wenn man Fleischdruck ausgewöhnt, aus dem Mond, muss man noch ein Steinmesser noch verstellen, irgendwann, erstmal Schlafsack, immer noch, immer noch kein Holz, so, hier, noch ein bisschen Holz, anscheinend, können die anderen Leute, die Gegner, ja, auch mein Zeugs zerstören, das ist wohl irgendwie möglich, das will ich aber, erstmal einen Schlafplatz bauen, können wir das drehen, oder, so, bauen, können wir scheinbar nicht drehen, dann, schlafe ich immer unter dem Baum, warum nicht, so, den Baum kann ich noch, bei Gelegenheit fällen, zum Beispiel jetzt, baue Schlafsack, schließt den Wegbaum, sehr gut, sehr gut, Industrie und so weiter, soweit sind wir noch nicht, annehmen, ja, lerne, Werkbank, Industrie, Bauneil, Werkbank, eine Werkbank, aber die ganzen abgeschlossenen, Quests schon, aktuelle Quests, ein Lerner, Werkbank, Industrie, Rank, ein Stick, Gruppe, Technologie, Menü, kannst du sehen, wo, wie jede Rezeptur, hergestellt werden kann, die Information, findest du im Namen der Rezeptur, Technologie, ok, Werkbank, müssen wir bauen, Hölzkiste, Hölztür, Industrie, Werkbank, ihr möchtet Werkbank, erforschen, ja, minus 10, Bräune Werkbank, Werkbank, da wollen wir noch Holz, Holzlatten, Holzlatten, ok, kann man jetzt, Industrie, Werkbank, Entwurf, Plastizierung, ok, Werkbank, wo bauen wir die uns hin, drehen können wir hier scheinbar, wirklich keine Sachen, dann, können wir hier später noch verschieben, hier hinten, neben dem Baum, bauen, zu weit entfernt, können wir hier mal schlafen, und agieren, das Bett gehört dir, ach, was, können wir bloß noch nicht schlafen, weil es noch nicht nacht ist, so, mal fertig, die Werkbank, sehr gut, so, mal die Quest abholen, ich seht, ich seht, ich seh, wie lange ich schon spiele, ja, weil ich bei 8, 8 Stunden angefangen habe, das Ziel jetzt runter, naja, wenn ich zwischendurch noch eine Pause mache, dann seht das nicht, aber gut, kann ich schlafen, das Bett gehört dir, sehr schön, ähm, ich will schlafen, lass mich schlafen, es wird dunkel, ich habe Angst, in dunklen, nee, habe ich nicht, aber, das Bett gehört dir, danke für diesen Hinweis, können wir schlafen gehen, ich stelle Stoffrüstung her und rüste dich aus, aber das ist keine schlechte Idee.